Die Benefizgala Souverän durch das Programm führte ORF-Moderator Thomas Psuttger und Amtsleiter Leo Jax erklärte den Grund des Friedenslicht-Marathons. Work, Pray and Love. Und ich würde sagen, dass der Friedenslicht-Marathon mit diesen drei Wörtern wirklich am besten beschrieben ist. Unter Work verstehe ich die Leistung, die wir bringen, wenn wir sammeln gehen. Wenn wir aber auch diese 16 Kilometer im Winter hinter uns bringen, das schafft man nicht aus dem Stand, da gehört auch etwas trainiert. Aber es ist wirklich immer ein ganz besonderes Erlebnis. Love ist natürlich, wir sammeln für die Nächstenliebe, für Menschen, die es dringend brauchen können. Und dass Pray nicht zu kurz kommt, dafür sorgt eine schöne Andacht im Ton jedes Jahr, die von Pater Dasselow gehalten wird. Dafür sorgt unser Charlie Lanzesdorfer, der uns immer eine tolle Andacht vorbereitet in Chemaden an der Krems, wo wir weglaufen. Und natürlich dann auch dieser herzliche Empfang bei unseren Schwestern im Schwesternheim in Thalheim. Ideengeber und Erfinder des Friedenslicht-Marathons Gerhard Grube aus Kremsmünster und Karl Lanzesdorfer aus Thalheim berichteten von den Eindrücken der bisherigen Friedenslichtläufe. Wir haben die Erfahrung gemacht, nicht wir müssen, also können anbieten und fragen, sondern es muss wirklich jemand zu uns kommen und sagen, ich möchte da mitmachen, das interessiert uns, weil dann steht diese Person dahinter und dann ist diese Person auch bereit, vielleicht ins Dunkel zu sammeln. Mit dem nicht alleine laufen, das kann man ganz schnell, da ist nichts dabei. Aber man braucht die Mühe auch des Sammels, damit einfach mehr und noch mehr zusammenkommt. Der durch das Fernsehen bekannte Linzer Kabarettist Günther Leiner bewies in seinem kurzweiligen Programm, dass er nicht nur in der Rolle des Schwagers von Armin Assinger und in der Sendung Was gibt es Neues recht amüsant sein kann. Aber wie gesagt, 8% ist ungefähr, das steht da, da sind 8% Rechtshänder und Rechtshänderinnen. Übrigens wirken schon, wie immer so auf Gender, Rechtshänder, Rechtshänderinnen. Da muss man riesig aufpassen. Es ist schon auf Gender, die Läufer, Läuferinnen, die Fackelträger, Fackelträgerinnen, also es ist wirklich so, die erste Berufskupplung, die sich Gender eingeführt hat, weil die Gender war nicht. Kerstin Eder, Mezzasopranistin aus Hagemhausruck, bezauberte durch ihre Stimme. Musik Hausherr Kommerzialrat Heinz Angerlehner und Bürgermeister Andreas Stockinger waren sowohl mit der Veranstaltung als auch mit der Eröffnung des neuen Museums voll zufrieden. Also ich kann sehr zufrieden sein, das Museum ist gut angenommen worden. Bei der Eröffnung, also bei den ersten vier Tagen waren zwischen 5.000 und 6.000 Leute hier. Also viel mehr als wir erwartet haben. Wir, dass der Kommerzialrat Heinz Angerlehner eben das Museum hier bei uns ins Leben gerufen hat und damit ist Talheim auch auf der Landkarte der Kultur gelandet. Das freut uns sehr, aber es hat natürlich viel weitreichendere Konsequenzen über Talheim-Welt, über die ganze Region hinaus. Highlight dieses Gala-Abends war die erste Kunstauktion in Talheim, bei der 15 Bilder und ein handgeschmiedeter Weihnachtsbaum versteigert wurden. Zwei Drittel des Reinerlöses wurden davon für Licht ins Dunkel gespendet. Durch diese Veranstaltung ist es bestimmt gelungen, einen kleinen Beitrag dafür zu leisten, dass Bedürftigen, Kranken sowie in Not geratenen Mitmenschen in Österreich geholfen wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2018 Einen Die Registrate effects